Der Name Iran leitet sich aus dem altpersischen Bumiayenem ab. Das ostianische Äquivalent ist Ayene. Der Begriff Iran bezieht sich im eigentlichen Sinne auf eine viel größere Region, die die Gebiete der modernen Staaten Afghanistan, Tatschikistan, Irak, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan und Teile Pakistans und der Türkei mit einschließt. Somit beinhaltet dieser Artikel zu einem großen Teil auch die Geschichte jener Staaten und Regionen. Die Geschichte des modernen Staates Iran beginnt genau genommen mit der Gründung Afghanistans im Osten Irans und dem Aufstieg der Zand-Dynastie im Westen. Die persische Eigenbezeichnung Iran wurde ab dem 21. März 1935 für international verbindlich erklärt. Frühe Hochkulturen Bereits in der Jungsteinzeit wurde das Land, das heute als Iran bezeichnet wird, besiedelt bzw. es sind Siedlungsspuren nachweisbar. In der ehemaligen Provinz Shosistan liegt das kraftkalibrierter 14c-Datierungen auf eine Besiedlungsgeschichte in das 8. Jahrtausend vor Christus, Reichende Chokhabonut sowie Chokhamisch. Im 4. Jahrtausend vor Christus gab es eine erste Wanderbewegung von Indogermanen, die zusammen mit den Indern die Bezeichnung Arie haben. Die Herkunft dieser Arie ist umstritten, man ist sich aber darüber einig, dass sie aus dem Norden stammen. Bereits gegen Ende des 4. Jahrtausend vor Christus kann von einer städtischen Zivilisation gesprochen werden, die sich aus der Ackerbaubetreibenden, sesshaften Bevölkerung entwickelte. Das erste Reich auf iranischem Boden ist das Reich Elam, das heutige Gebiet um Shosistan. Das abseits der großen Weltgeschichte vom ersten Auftauchen um etwa 3500 vor Christus bis zur Niederlage gegen das Assyrische Reich um 569 vor Christus Bestand hatte. Die Könige nannten sich von Anchen und Susa. Die zweite Wanderbewegung um 1250 vor Christus von indogermanischen Reitervölkern aus den Steppen Südrusslands lässt sich geschichtlich genauer fassen. Das Auftreten der Meder um 900 vor Christus in deren Folge die mit den Medern verwandten Perser aus dem Gebiet des Urmeersees stammend nachzogen, veränderte die einheimische Bevölkerungsstruktur. Das Mederreich war das erste große iranische Reich. Die Bewohner waren die Meder. Ihre Sprache, Kultur und Abstammung war iranisch. 835 vor Christus erwähnte der assyrische König zum ersten Mal die Medischen Stämme. Bald nach ihrem Auftreten konnten sie große Bereiche des assyrischen Reiches unterwerfen. Im Jahre 715 vor Christus führte der Häuptlingsführer Diox die Medischen Stämme ohne Erfolg gegen das assyrische Reich. Ein Nachfolger, Fraortes, konnte die übrigen iranischen Stämme vereinen und das assyrische Königreich vernichten. Er gründete die Medische Hauptstadt Egbeten a. Antike. Achemeniden Die Herrschaft der Achemeniden dauerte von ca. 559 vor Christus bis 330 vor Christus. Kyros der Große gründete als persischer König das erste Weltreich der Geschichte. Das altpersische Großreich vor Christus wurde Babylon eingenommen und das neu-babylonische Reich Detschaldea besiegt. Ägypten wurde dem Achemenidenreich 525 vor Christus eingegliedert. Von 521 vor Christus bis 486 vor Christus regiert Darai aus der Große, der sich durch sein enormes militärisches Können auszeichnete. Er siegte im ersten Jahr seiner Herrschaft in 19 Schlachten in einem Gebiet, welches so groß wie ganz Westeuropa war. Weiterhin schuf er sich durch seine weise Politik und Toleranz einen Namen. Um 500 vor Christus erhoben sich die Griechen gegen die persische Herrschaft, womit die Perser Kriege eingeleitet wurden. Der Aufstand wurde 494 vor Christus mit der Zerstörung Milets niedergeschlagen. Hier standen sich zwei Ideologien gegenüber. Die Iraner vertraten die Reichsidee unter Wahrung der nationalen Identitäten, während die Griechen die Stadtstaatenidee unter völliger Unabhängigkeit bevorzugten. Von 486 vor Christus bis 465 vor Christus regierte Xerxes I. 450 vor Christus bis 404 vor Christus erfolgten Aufstände gegen die Achemeniden in Ägypten, Syrien und im Kernland des Reiches. Von 359 vor Christus bis 338 vor Christus stand das Reich unter der Herrschaft von Atex Xerxes III. Im Jahr 335 vor Christus wurde Darius III. Großkönig, aber er wurde schon 331 vor Christus von Alexander dem Großen in der Schlacht von Gaugemle während des Alexanderfeldzuges geschlagen und wenig später auf der Flucht vom Satrapen. Baktriens Bessos ermordet mit Alexanders Sieg endete die Herrschaft der Achemeniden. Das Reich ging im Alexanderreich auf. Das Jahr 312 vor Christus begann mit dem Aufstieg der Diadochendynastie von Seeleukosie, Nikator, einem Feldherrn Alexanders, die Seeleukidenherrschaft. Zwischen 280 und 200 vor Christus erstreckte sich das Reich der Seeleukiden über große Gebiete vor der Asiens bis zum Indusgebiet. Nach dem Zerfall gelangten die westlichen Reichsgebiete an das Römische Reich. Das Paterreich unter der Herrschaft der Asakiden entfaltete sich von 250 vor Christus bis 224 nach Christus. Die Pater nahmen Elemente der hellenistischen Kultur auf und konnten sich, trotz mehrerer Niederlagen gegen das Römische Reich behaupten. 224 nach Christus kam es jedoch zum Sturz der Asakiden durch die Sassaniden. Das Sassanidenreich, gegründet von der letzten altpersischen Dynastie, existierte zwischen 224, 26. nach Christus und 651 nach Christus. Das Sassanidenreich hatte stets die gefährdete Nordostgrenze zu sichern, wo die sogenannten ianischen Hunden aggressiv auftraten und den Sassaniden auch einige Niederlagen bescherten. Es entwickelte sich aber gleichzeitig in der Spätantike als ein bedeutender Rivale Roms. Wobei es jedoch auch durchaus zu einer friedlichen Koexistenz kam. Unter Chosrau Erlebte das Sassanidische Persien eine kulturelle Blüt um 560 wurde das Heft Erlitenreich im Bündnis mit den Göktürken vernichtet. Nachdem aber der letzte bedeutende Sassanidenkönig Chosrau II. 628 ermordet worden war, versankt das Reich im Chaos, was es den islamischen Arabern erlaubte. Ab Mitte der 30er Jahre des 7. Jahrhunderts Persien zu erobern, sie besiegten die sassanidischen Heere. Der letzte Sassanidenkönig Jastigert III. Starb 651. Es kam schließlich, wenn auch er langsam, zu einer Bekehrung der Bevölkerung zum Islam. Noch in den 50er Jahren des 7. Jahrhunderts kam es zu mehreren Aufständen der Perser gegen die Fremdherrschaft, die aber niedergeschlagen wurden. Das sassanidische Persien mit seinem Hofleben und Verwaltung war auch ein wichtiges Vorbild für das Kalifenreich, besonders unter den Abbasiden. Nach der entscheidenden Niederlage von Nehavent gegen die muslimischen Araber im Jahr 642 n. Brach das Reich der Sassaniden in Persien auseinander und ging mit der Ermordung von Jastigert III. endgültig unter. Dennoch zog sich die arabische Unterwerfung des Iran hin. Da die Muslime durch interne Machtkämpfe infolge der Machtergreifung der Umayyaden zeitweise geschwächt waren. Erst gegen Ende des 7. Jahrhunderts konnte Khorasan von den Arabern endgültig erobert werden. Auch die Unterwerfung von Trensoxanien dauerte bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, als der Stadthalter von Khorasan Nasr ibn Sayyad die Türken endgültig besiegen konnte. Nach seinem Tod begann unter Abu Muslim 748 ein Aufstand im östlichen Iran. Der zum Sturz der Umayyaden und zur Begründung der Dynastie der Abbasiden beitrug, siehe auch. Nachdem die Dynastie der Umayyaden unter Mitwirkung des Aufstandes von Abu Muslim in Khorasan gestürzt worden war, erlangten die Perser unter den nun an die Macht gekommenen Abbasiden erheblichen Einfluss in der Reichsverwaltung und im Heer des Kalifats. Auch der persische Kultureinfluss wurde verstärkt, besonders nachdem die Hauptstadt des Kalifats nach Bagdad im Irak verlegt worden war. Nachdem unter Harun Araschid ein Aufstand der Scharitscheiten in Sistan 809 niedergeschlagen worden war, teilte dieser vor seinem Tod die Herrschaft im Reich unter seinen Söhnen. Wobei Al-Amin Kalif in Bagdad werden und Al-Mamun in Khorasan regieren sollte. Schon 810 brach aber der Bürgerkrieg aus, bei dem Al-Amin von Al-Mamun mithilfe des Generals Taiche geschlagen und gestürzt wurde. Zur Belohnung wurde Taiche 821 zum Stadthalter in Khorasan und Trenz-Oxanien ernannt. Womit die Abbasiden faktisch die Kontrolle über den östlichen Iran verloren. Zwar wurde noch der westliche Iran von den Abbasiden kontrolliert. Doch gewann seit der Mitte des 9. Jahrhunderts auch dort lokale Dynastien an Macht oder wurde der Einfluss des Kalifen durch Aufstände eingeschränkt. Ein solcher Aufstand war z. B. Die Revolte von Babak in Aserbaidschan und dem Westiran von 816 bis 837. Außerdem gewannen die Schiiten zunehmend Verbreitung im Iran. Nach einer langen Phase des Niedergangs des Kalifats der Abbasiden, wurde deren politische Macht durch die schiitischen Biden 945 endgültig beseitigt. Damit ging auch der letzte unmittelbare Einfluss der Abbasiden über den Iran verloren. Lokaldynastien Der persische General Tahir wurde 821 vom Kalifen Alma-Mun zum Stadthalter Khorasans und Ostirans gemacht, zeigte umgehend Unabhängigkeitsbestrebungen und wurde vergiftet. Seine Familie, die Tahiriden, hatten bis zu ihrem Sturz durch Jakubi Benlaid 873 eine Machtfülle inne, die da des Kalifen gleich kam, stellten dessen Autorität aber nicht mehr in Frage. Im Südosten des damaligen Iran. In Sistan vereinigte der Kupferschmied Jakubi Benlaid ab 861 die unzufriedene Bevölkerung und beseitigte verschiedene lokale Machthaber. Nach der Eroberung von Khorasan, Kerman und Fas erfolgte 876 sogar ein gescheiterter Angriff auf Bagdad. Sein Bruder und Nachfolger AMREB in Leid wurde 900 von den Samaniden besiegt, woraufhin die Safaridenherrschaft zusammenbrach und wieder auf Sistan beschränkt wurde. Bereits unter den Tahiriden waren die Samaniden aus Khorasan um 864 zu Gouverneuren von Westtürkistan und dem Gebiet des heutigen Afghanistan. Aufgestiegen, die bis zur Dynastie Gründung und Krönung reichte, sich jedoch um 1005 den aufkommenden Gasnaviden beugen musste. Die Samaniden gelten als Anfang der tatschikischen Nation. Die Dichter Rudakif Dakikif Babatar und der Arzt, Philosoph und Wissenschaftler Avi Kenna stammen aus dieser Zeit. Für Dau sie sagte über die Samaniden. Wo sind hin all die großen Sassaniden, von den Bahamiden zu den Samaniden, Siyariden, Butchiden? Die beiden Butchiden waren eine schiitische Dynastie in Persien, die aus Dailam im Norden des heutigen Iran stammt. Die Dynastie wurde von Abu-Shayjabu-Yan begründet, der seinen Aufstieg als Militärführer unter den Samaniden und Siyariden begann. Ali Imad-ed-Daula eroberte 932 die zentralpersische Provinz Fars und begründete die beiden Linie von Fars, die bis 1055 regierte. Hassan Rukh-ed-Daula setzte seine Herrschaft in anderen Teilen Persiens durch. Die von ihm begründete Linie regierte bis 1023. Die von Ahmad Muis-ed-Daula begründete Linie im heutigen Irak. Kermann und Shuzistan bestand bis 1012 und errang die größte Bedeutung, Aufstieg der zentralasiatischen Nomaden. Die Mongolen eroberten und verwüsteten den Iran ab 1221, nahmen das Land aber nur teilweise in Besitz. Irkan Hülegu begründete um 1256 eine eigene Dynastie, deren Herrscher unter der Bezeichnung Ilchane noch bis 1335 für politische Stabilität sorgten. Parallel dazu bestanden mehrere Lokaldynastien als Vasallen der Ilchane weiter. Die Herrschaft der Ilchane war in ökonomischer Hinsicht eher schwach und auch zeitweise instabil, aber in kultureller Hinsicht nicht unbedeutend. So Z.B. wurde unter dem Ilchan-Öl-Chaitü um 1310 erstmals der schiitische Islam zur Staatsreligion. Timuriden, der türko-mongolische Eroberer Timurlenk, beseitigte in den 80er und 90er Jahren des 14. Jahrhunderts die verschiedenen Lokaldynastien, die nach dem Zerfall des Ilchanats die Macht im Iran übernommen hatten. Sein Nachfolger Shah Ruk machte Herat zur politischen und kulturellen Hauptstadt Persiens, in der die Timuriden noch bis 1507 regierten. Während unter ihrer Regierung besonders der Osten Irans eine Blütezeit erfährt, setzten sich in den westlichen Landesteilen die Tugminen durch. Diese herrschten bis zu ihrer Ablösung durch die Safaviden 1501 in Tipritz, Schia. Safaviden um 1501 stürzte der schiitische Safi-Orden, der sich von dem Scheich Safi-Ettin Adabili herleitete. Die Tugminen-Dynastie der Akku-Koyunlu und übernahm die Herrschaft im Iran, der schiitische Islam wird infolgedessen zur Staatsreligion. Die Safaviden-Schas stützten sich auf Tugminen und Perser gleichermaßen und erreichten politische Stabilität und eine große kulturelle und auch wirtschaftliche Blütezeit. Anfang des 18. Jahrhunderts befand sich die Dynastie in ihrem Niedergang. Dies nutzten die afghanischen Gilzai 1709 zu einem ersten Aufstand gegen die persische Oberhoheit. Sie nahmen Kandahar ein und errichteten einen eigenen Staat. Ein Versuch der Safaviden, die Stadt durch eine Belagerung 1711 zurückzuerobern, scheiterte. Daraufhin schlossen sich 1717 auch die Abdali um die Stadt Herat dem Aufstand an. Im Jahr 1719 scheiterte der Vorstoß einer 30.000 Mann starken persischen Armee gegen Herat. Nunmehr gingen die Aufständischen ihrerseits in die Offensive. Der Gilzai formierten 1721 eine Armee, eroberten Kermann und Shiraz und marschierten auf die persische Hauptstadt Isfahan zu. Im folgenden Jahr kam es nach dem afghanischen Sieg in der Schlacht bei Gulnabad zur sechsmonatigen Belagerung von Isfahan, die im Oktober 1722 mit der Kapitulation der Perser endete. Schah Sultan Hosain war gezwungen am 23. Oktober 1722 zugunsten des Gilzai-Anführers Mir Mahmud Hotaki auf den Thron zu verzichten. Damit endete die Dynastie der Safaviden. Ein Fall der Afghanen die neue Herrschaft stand vor dem Problem, dass das ganze Land durch die Aufstände destabilisiert worden war. So musste Mahmud zunächst gegen die Abdali ziehen und schon im November 1722 ernannte sich der Sohn des alten Herrschers Tahmasb II. zum neuen Schah und versuchte die Regierung seines Vaters zu erneuern. Bereits im Januar 1723 erlitt Mahmud eine erste Niederlage im Kampf um die Stadt Katzwin. Gleichzeitig weckte die Schwäche des Persischen Reiches die Begehrlichkeiten seiner Nachbarn. So marschierte 1722 dreiundzwanzigstel eine russische Armee entlang der Küste des Kaspischen Meeres ein, eroberte Derbend und Baku und schloss mit Tahmasb II. den Frieden von St. Petersburg. In diesem trat Tahmasb II. am 12. September 1723 die Provinzen Schirwan, Ilan, Mazandaran und Gorgon an Russland ab. Gleichzeitig versuchte das Osmanische Reich einen zu großen Machtgewinn Russlands zu konterkarrieren und zudem Gebietsverluste in Europa zu kompensieren. Sie besetzten 1723 vierundzwanzigstel große Teile Georgiens und Aserbaidschans bis zur Stadt Hamadan. Im Vertrag von Konstantinopel wurde unter englischer Vermittlung zwischen dem Osmanischen Reich und Russland die Interessensphäre abgegrenzt. Die Osmanen bestätigten die russischen Gebietsgewinne und erhielten dafür die Zusage zur Erwerbung von Georgien, Armenien mit Jerewan und großer Teile Aserbaidschans. Unter dem Druck der zerfallenden Macht setzte Mahmud auf brutale Methoden, wie dem Mord an persischen Ministern, Adligen und Mitgliedern der ehemaligen safavidischen Herrscherfamilie, damit verärgerte er auch eigene Anhänger. In einem Putsch gelangte 1725 Arafkan an die Macht. Diesem gelang es die Osmanen 1726 in der Schlacht bei Kermanschar zu schlagen und im September 1727 mit ihnen einen Friedensvertrag abzuschließen. Auch im Lande gewann die Opposition an Boden. Unter Nader Koli BEG aus dem Stamm der Afstschariden, dem Gouverneur der Provinz Khorasan, fand Tahmasb II. einen fähigen militärischen Führer. Diesem gelang es die Afghanen 1729 in der Schlacht bei Damgan zu besiegen und Tahmasb II. offiziell zum neuen Regierenden Schar auszurufen. Arafkan wurde nach seinem Rückzug nach Osten von einem Cousin ermordet. Noch während Nader im Osten Krieg gegen die Afghanen führte, begann Tahmasb II. im Westen einen desaströsen Feldzug gegen das Osmanische Reich, in welchem wichtige Städte und Gebiete verloren gingen. Im August 1732 setzte Nader den Schar ab und rief dessen acht Monate alten Sohn als Abbas III. zum neuen Herr Schar aus, während er selbst als dessen Regent fungierte. Erst am 8. März 1736 krönte sich der erfolgreiche Feldherr selbst zum neuen Schar. Während der Herrschaft der Afstschariden, vor allem nach dem Tod Nader Schars, wurden die Ostgebiete Persiens von den Afghanen erobert. Deren Königreich der Wegbereiter des heutigen Staates Afghanistan wurde. Zur Geschichte dieser Region nach der Eroberung durch die Pashtunen, siehe den Hauptartikel Geschichte Afghanistans. Nach dem Tod Nader Schars erklärte sich zunächst dessen Neffe zum Adel Schar und ließ sofort alle Söhne und Enkel Nader Schars als potenzielle Konkurrenten töten. Lediglich der erst 14-jährige Enkel Scharuch blieb am Leben. Einer der Anführer der Armee Nader Schars, Ahmad Schar Abdali, brachte unterdessen den Osten des Reiches unter seine Kontrolle und gründete dort das Durrani-Reich. Ein anderer Mitbewerber um die Macht erwuchs in Ebrahim Schar Afschar, dem Bruder Adel Schars. Im Juni 1748 siegte Ebrahim zunächst militärisch und ernannte sich am 8. Dezember 1748 in Tebris zum neuen Schar. Allerdings hatten inzwischen Anhänger Nader Schars in Mashhad Scharuch gekrönt. Nachdem dieser 1749 Ebrahim besiegt hatte, wurde er selbst durch Suleiman II, einen Abkömmling der alten Safaviden-Dynastie, gestürzt. Erst ein Jahr darauf verhalfen ihm einige Anhänger wieder zur Herrschaft über die Region Khorasan. Westlich davon brachten die Kaischaren die Region Mazandaran unter ihre Kontrolle. In dieser Zeit ergriffen in Zentral- und Südpersien einige ehemalige Herrführer Nader Schars die Initiative, von denen sich bis 1760 Karim Khan als Begründer der Zand-Dynastie durchsetzte. Sie setzten 1750 mit Ismail III., einen anderen Vertreter der Safaviden in Isfahan, auf den Thron, der jedoch nur als Marionette fungierte. Als auch hier die Kämpfe beendet waren, begann eine kurze Periode des Wiederaufbaus, des Handels und der kulturellen Blüte. Mit dem Tod Karim Khans kam es allerdings 1779 erneut zum Ausbruch eines Bürgerkrieges unter seinen Erben. Bis 1789 setzte sich schließlich L.O.T.F. Ali Khan durch. Allerdings wurde er nun in einen Krieg mit dem Kaischaren A.G.A. Mohamed Khan verwickelt. Über Jahre wog der Kampf unentschieden hin und her bis L.O.T.F. Ali Khan die Stadt Kermann eroberte. Dort wurde er 1794 von seinem Gegner sechs Monate lang belagert und nach dem Fall der Festung hingerichtet. A.G.A. Mohamed Khan ließ ein Massaker unter der Bevölkerung Kermans anrichten. Im Jahr 1796 zog er schließlich gegen Khorasan und eroberte es. Shah Ruch wurde getötet. Nun konnte sich A.G.A. Mohamed Khan zum neuen Shah ausrufen, der bis auf das Durrani-Reich ganz Persien wieder vereint hatte.